Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Sally und ich ein bisschen StumbleGuys. So, wir starten erstmal das StumbleGuys Match. Lass uns lieber nicht über Geburten reden. Warum nicht? Ist mein Lieblingsthema eigentlich, aber heute nicht so. Okay, gut. Weißt, ich rede am Samstag normalerweise nicht darüber. Oh ne, ich hasse diese Map. Ja, die Map ist, ja. Es gibt ja irgendwie diesen Trick, dass man so auf den Bauch gleiten kann, dann wäre man angeblich ein bisschen schneller. Ich kriege das aber nie hin. Ja, aber ne. Nein! Deswegen versuche ich das gar nicht erst. Ja, wenn du so diesen Bauchhut schon machst. Also ja, hier, das meine ich. Das geht schon, aber es ist echt schwierig. Ja, und was schwierig ist, kann ich nicht. Also ich bin froh, wenn wir jetzt mit Zuschauern hier spielen. Nein, ich fall runter. Wenn ich es überhaupt in den Top 16 schaffe. Ey, immer wenn ich irgendwie StumbleGuys im Stream spiele, dann werde ich immer von allen gefokust. Ja, ja klar. Deswegen höre ich meistens auch nach ein paar Runden auf, weil irgendwann, wenn StumbleGuys im Stream Namen drinsteht, dann kommen diese ganzen StumbleGuys Clans, die sich selbst viel zu heftig nehmen. Und dann meistens noch irgendwelche Hacks oder so installiert haben. Und ich bin disqualifiziert. Same. Okay. Mann. Hi, Conny heißt einer, der Account. Wollen wir einfach mal eine neue Runde gehen? Ja, lass mal machen. Ja. So, wir machen kurz eine neue Gruppe auf. Wir wollen ja auch mal was gewinnen. Ja, klar. Oh nein, ich wieder die gleiche. Aber die ist so oft, die erste Map, ne? Ja. Und die zweite ist ja auch oft, aber... Die zweite hatte ich, glaube ich... Irgendwie hatte ich nur die Namen gerade. Obwohl, habe ich es überhaupt in die zweite Runde jemals geschafft? Das weiß ich nicht. Ah, ich glaube, du bist das hier. Wo? Ich bin, glaube ich, hinter dir gerade. Oh ja, stimmt. Du bist hinter mir. Ha, du bist hinter mir. Hinter wie? Schlechter. Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bitte, 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 bitte! Nein! Nein! Oh, komm schon! Ja, bist du tot? Ja! Ja! Nein! Nein! Alles gut, alles gut. Ich bin Profi. Ich wurde gerade von allen überholt. Boah, dieses Schlittern ist so dumm. Ja, ohne Spaß! Was ich auch gar nicht mag, ist, dass hier Jumpen und Daschen auf derselben Taste ist. Dass das manchmal so getriggert wird, obwohl man gar nicht möchte. Alter! Ich bin letzter gewesen! Also, ich habe es gerade noch reingeschafft. Das heißt, du hast es nicht geschafft, oder? Nee, habe ich nicht, nein. Okay. Aber Chaos-Floh-44 ist aber dabei. Ja, krass! Chaos-Floh, was geht? Ich glaube, der hieß sogar wirklich genau Chaos-Floh-44. Krass, Alter. Na, 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 na. Na, dann würde ich dir mal viel Glück, dass du wenigstens du die Runde gewinnst. Ja, ich hoffe es. Ähm, ja, wird schwierig. Boah, die Wasserroute. Also, diese ganzen Abkürzungen, die es hier gibt, die kann ich nicht. Ich hasse, dieses Web auch. Und sogar hier am Anfang versage ich immer. Ich versuche jetzt außen... Oh! Ich habe es geschafft! Ich bin dein Profi! Yeah! Okay, ich beobachte dich. Yeah! Nein, bitte! Nein! Ich bin letzter. Nein! Hä? Oder beobachte ich gerade den Falschen? Übrigens, Player 4OIG mit dem Standard-Skin. Ah, okay, 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 okay. Alles klar, alles klar. Ja, ja, ich habe, ich habe, ich habe. Ja. Jetzt muss ich halt überzeugen, dadurch, dass ich nicht runterfalle, während die anderen beim Abkürzen versagen. Jetzt aber. Ja, okay, jetzt wird der da rechts ab... Nee, kürz doch rechts ab und fall runter, bitte. Zwei. Drei. Aber hinter dir sind noch ein paar. Du könntest schon Glück haben. Oh, nein. Ja, aber nein. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Ja, wobei, du könntest es immer noch... Ey, lass mich doch vorbei! Oh mein Gott! Nein! Ja! Komm, 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 komm! Oh mein Gott! Hast du geschafft! Hast du geschafft! Oh mein Gott! Ich habe hier in der Luft noch überholt. Oh mein Gott, du bist so ein kranker... Oh mein Gott. Alter, not bad, ey! Das war mal ein Comeback, würde ich sagen. Das war eigentlich geplant, weil... Ja, mega! Man kennt mich eigentlich, ne? Ich bin so gut in dem Spiel. Ich tue immer so, damit es ein bisschen spannender aussieht, aber in Wirklichkeit... Ja, klar, klar, klar. Da ist keine Chance bei dir. Guck mal, da sind ein paar Leute, die wollen mich schlagen. Ich könnte das theoretisch auch, aber ich habe das gar nicht nötig, ne? Ja, ehrlich. Ich weiß ganz genau, wie ich laufen muss, damit ich hier nicht weggebrochen... Also ganz im Ernst, in diesem Modus, ich finde diesen Modus eigentlich total langweilig. Ja, ich auch. Weil hier passiert nie was. Ich finde eigentlich so easy. Ich meine, hier kommen ein paar Kugeln, die rollen, die machen einmal Puff und dann... Dann war's das, ne? Ja. Uh, super gefährlich. Ah, wobei, ich spiele das Ganze mal mit Handy-Steuerung. Ja, stimmt. Da wäre ich mir auch nicht mehr so sicher. Auf Handy würde ich das auch gar nicht spielen wollen. Also das wäre mir echt zu kritisch. Nee. Aber auf dem Handy hat man, glaube ich, nicht das Problem, dass ein Dash aus Versehen getriggert wird, wenn man springt. Ja, das war's nicht. Oh mein Gott, lol! Ich wollte Spand machen und ich hab Spand gemacht. Oha! Tja. Okay, ja, du hast es wirklich überlebt. Krass. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit weg fliege. Das war wirklich nicht geplant. Ich dachte mir, hu, ich werde jetzt ein wenig zur Seite gekickt, aber... Oh mein Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist mir jetzt halt wirklich noch nie passiert. Ich habe an dich geglaubt, ja? Du hast mich nicht enttäuscht. Ich habe auch an mich geglaubt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, hast du das gerade gesehen? Ich habe das gesehen und ich finde, dass es so verdient. Ja, ehrlich. Der Fake-One-B hat gewonnen. GG, Fake-One-B. Wir machen dann gleich eine neue Gruppe auf, weil wahrscheinlich wird diese hier mal wieder nicht halten. Falls sie hält, schreibe ich euch den Code natürlich wieder in den Chat. Warte, Verbindung zur Gruppe wird hergestellt. Ja, Verbindung zur Gruppe wird hergestellt. Fehler. So, der Typ heißt jetzt City-Cool. Nice. Yeah. Warte, City-Cool? Warst du nicht City-Cool? Nein, City ist cool. Hey, warum lebe ich den rückwärts? Ja, das ist hier so. Aber du kannst dir auch ein bisschen Dash, also ein bisschen Boost geben, indem du springst und halt stabil landest. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ich bin wieder vorletzter, Alter. Ähm, sagst du. Obwohl, ich weiß nicht, wie weit du hinten bist. Nein. Nein. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Alles gut, alles gut, alles gut. Ah. Oh, Zitter. Oh, bist du drin? Was? Ich war noch drin. Oh mein Gott, ich habe dich gerade noch anfliegen sehen. Was war das denn? Oh mein Gott. Okay, ich bin für City-Cool, der muss jetzt gewinnen. Der mit dem Blitz geht. Okay. Bist du auch rausgeflogen? Nee, ne? Nee, ich habe es geschafft. Ich bin 14. Okay. Oh. Ich spektate gerade City-Cool. City-Cool ist gerade letztendlich. Ja, City-Cool ist gerade hinter mir von Dannen gegangen. Oh nein, City-Cool. City. City-Cool hat keine Chance gegen mich und mein Style. Alter, der wird die ganze Zeit von diesen Kaumgummibällen weggehauen. Würde mir nie passieren. Also ich bin ganz auf der Seite. Also falls ich das nicht gewinnen sollte, was sehr unrealistisch ist, bin ich auf der Seite von Snickers-Frog. City-Cool ist der Letzte. Echt? Ja. Aber er war letzte Runde ja auch der Letzte. Und warum? Nein, als ob. Ich bin auch draußen. Okay, ich bin auf der Seite von Snickers-Frog. Er ist auch draußen. Okay, also Runde verlassen. Wollen wir Runde verlassen? Ja, lass mal. Okay. Ihr müsst ja auch mal weiterkommen als die erste Runde. Das wäre ganz praktisch. Ja, okay. Ja. Oh. Oh, schon wieder die Map. Die Map, mit der alles geendet hat, ist nun die Map, mit der alles beginnt. Oh, das ist sehr philosophisch. Ja. Philosophisch. 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 Oh mein Gott, der Move, den ich gerade gemacht habe, hat mich überhaupt nicht nach vorne gebracht. Aber es hat sich gelohnt. Weil Leute, wusstet ihr, dass wenn ihr hier lang lauft, dann lauft ihr halt hier lang und dann könnt ihr einfach hochspringen. Natürlich, wir könnten jetzt versuchen, hier so rechts rüber zu gehen, aber als ob das funktioniert. Ich habe mich nie getraut, das zu machen, weil die ersten fünf Mal, wo ich das versucht habe, bin ich jedes Mal durch den Boden durchgefallen. Yes. Ich bin drin. Du auch? Ja. Ja, gut. Ich dachte schon, du wärst nicht drin. Ne, ich bin Vierter, habe ich doch gesagt. Okay. War ziemlich früh sogar. Weil du kurz so geschwiegen hast, dachte ich jetzt, du wärst nicht drin. Nein, nein, nein. Alles gut. Aber das ist halt echt hart gegen die Leute, die gerade mitspielen. Das stimmt, ja. Sind nicht so schlecht. Oh, nö. Ich hasse diese Map. Ja, da wird man am Anfang immer von den anderen Leuten blockiert und dann... Ja. Ja, ja. Okay. Leute, bitte meinen Style nicht blockieren. Danke. Ich komm, ich mach den Umweg. Ja, ja, okay. Ich geh immer den Umweg, weil es lohnt sich nicht. Uh. Uh. Ja, ja. Alles stabil hier. Stabil. Oh, alles stabil. Aua, ich wurde weggekickt. Was soll denn das? Das gibt's nicht. Nein. Doch, das gibt's. Aua, 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 aua. Oh mein Gott, ich bin wieder komplett am Anfang. Ich hab's geschafft. Ich bin komplett am Anfang gelandet. Was? Was war das denn? Was? Wie? Ja, keine Ahnung. Ich war die halbe Map schon drüber und ich bin direkt am Anfang gelandet. What the hell? Ich wünschte, ich hätte dein Gesicht. Alter, ich dachte schon... Also, ich bin Achter geworden. Gerade so. Alter, das war unfair. Das war mega unfair. Das hätte ich wirklich noch schaffen können. Was für ein Müll. Oh, das ist das Letzte. Jetzt kommt ein Spielmodus, der eigentlich cool wäre, wenn die Leute nicht die Möglichkeit hätten, dich wegzukicken. Ja, genau. Oh. Na gut, jetzt muss ich nicht mehr Abstand von den Lasern, sondern auch noch Abstand von allen anderen Spielern halten. Ja. Ach Mensch, ist das lustig. Ich meine, das Gute daran ist, dass ich jetzt auf einem anderen Account spiele, ist, dass mein Name etwas unscheinbarer ist. Das Blöde ist, die Leute sind nicht dumm. Und die wissen schon, wer ich bin. Vor allem, wenn es am Ende weniger Leute sind. Ja. Hey, der Pinguin-Skinn finde ich cool. Ja, das ist Snickers Frog. Auf dessen Seite bin ich, wenn ich verlieren sollte, please. Boah, das ist auch so OP, einfach dieses blöde Boxen. Ja. Aber es ist halt eine Mobile-App an sich. Und Mobile-Apps sind immer Pay-to-Win. Ja. Oh, der Pinguin. Snickers Frog wird das meistern. Wie ein Meister. Ich glaube an ihn. Wie ein Pinguin-Meister. Es sei denn, wir sind die letzten beiden. Dann glaube ich an mich. Ja. Oh. Hört auf, mein Style zu blockieren. Nein. Das war so dumm von mir. Ey, ich sage dir wirklich, Sliden in dem Game ist einfach tot. Als ob das so geendet ist. Aber GG. Smoritz. Smoritz hat gewonnen. Smoritz D. Aber cool skinnert er. So. Meine Belohnung. Oh mein Gott, ich habe eine Belohnung bekommen. Und Verbindung zur Gruppe natürlich nicht wiederhergestellt. Natürlich. Stumbleguys Moment. Los geht's. Und los geht's. Okay. Komm bitte nicht eine dieser beiden Kack-Maps. Die mag ich auch nicht. Die ist okay. Ich mag eigentlich sehr viele Maps nicht. Ja, ich entdeck. Die mag ich nicht, weil du kannst die komplette Map über Erster sein. Und dann bei der letzten Rampe wirst du Letzter. Lol. Weil alleine schaffst du es da nicht hoch. Oh mein Gott. Bitte, bitte nicht. Jetzt habe ich mich für die falsche Seite entschieden. Und muss deswegen einmal wieder von vorne anfangen. Oh mein Gott. Es ist immer so. Man muss halt wirklich die richtige Entscheidung treffen. Ja, echt. Geh mit der Masse. Ja. Und das finde ich so unintuitiv. Ich gehe nie mit der Masse in solchen Spielen. Nee. Mann, Leute, ihr müsst auch hochgehen. Aua, aua. Oh nö. Aber das Gute ist, dafür, dass ich Letzter bin, habe ich noch eine gute Chance zu gewinnen, wenn man bei der letzten Rampe so schlecht weiterkommt. Mann. Nein, bitte nicht. Warum seid ihr jetzt alle da oben? Das ist unmöglich. Mann. Bist du noch unten? Bist du noch hier unten? Nein. Bist du unten? Achso, wo unten? Wie unten? Bei der Rampe. Ja. Was? Ich bin... Mann. Ich habe es nicht geschafft. Ich auch nicht. Ah, okay. Neue Runde? Ja. Macht ja auch keinen Sinn, wenn wir beide die ganze Zeit rausfliegen. Ich meine, wir könnten auch zu zweit halt gegen Random spielen, aber dann spielen die Zuschauer halt nicht mehr. Vielleicht, aber dann sind wir ein bisschen weniger im Fokus. Hätte vielleicht auch einen Vorteil. Ich bin übelst Business unterwegs auch heute. Ich habe den neuen Skin einfach, der ist cool. Obwohl er eigentlich nur gewöhnlich ist. Ich hatte auf meinem alten Steam-Account den Default-Skin, aber halt in gelb. Das hat voll gut gepasst eigentlich. Ah, das sieht ja so Roblox-mäßig aus, ne? Mhm. Oh, nein! Ey, aber dafür spielen wir jetzt wahrscheinlich mit sehr vielen Bots. Ja, das sind total viele Bots. Wir werden sowas von gewinnen. Ja, okay. True that. Lol. Die gehen einfach rechts einfach. Also, wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Hallo? Hallo? Warum gehen die Sachen nicht runter? Keine Ahnung. Ich bin erster. Die Bots, die warten da einfach. Ich weiß nicht mal, worauf die warten. Lol. Ja, gut. Ja, viel Spaß dabei, erster zu werden. Ich bleibe hier hinten bei den Bots, weil... Ja, alles klar. Also, so schlecht war ich, glaube ich, auf der Map auch noch nie unterwegs. Zum Glück warten die immer so nett auf mich. Ja, ist echt so, ne? Wahrscheinlich scannen die immer so ab, so wo man gerade steht und dann orientieren sie sich daran. Ich habe keine Ahnung, worauf die warten. Ich bleibe einfach alle stehen. Oh Gott, ich dachte gerade, ich wäre der andere Typ und werde dadurch fast gestorben. Die alle Bots sind gerade noch ins Wasser gefallen. Alle. Ich bleibe mal ein bisschen hier stehen vorm Ziel. Tschüssi. Hallo? Was geht? Was geht? Als ob wir nur gegen Bots spielen. Ja, das ist einfach blöd. Da hinten kommen schon die ersten. Ach, wie schön. Da ist Alice H. Aber Leute, so könnt ihr jede Runde in Stumbleguys gewinnen. Einfach eine Gruppe zu zweit machen und dann los. Ja, klar. Man spielt eigentlich fast immer nur gegen Bots. Krass. Und das wird einem ja auch voller Sieg angezeigt. Äh, gezahlt. Äh, gezählt. Mhm. Mein Gott. Das wird als ganz normaler Sieg gezählt. Krass. Ich dachte auch in Fortnite, ich bin voll gut geworden. Aber ich glaube, wenn man selbst schon mehr Siege hat, dann... Ich glaube, da ist so ein Ranked-System hinter. Das kann sein. Aber es kann auch nicht sein. Das kann auch nicht sein, ja. Das darf man nicht vergessen. Denn was sein kann, muss nicht unbedingt sein. Also sei wie wir und lass ein Like da. Okay. Oh nein, die ganzen gefallenen Bots. Nein. Weißt du, was mir gerade so eingefallen ist? Die Map ist cool. Ich bin froh, dass diese Map jetzt gekommen ist. Weil stell dir vor, jetzt wäre eine dieser Maps gekommen, bei der man Fußball oder so spielt. Also irgendwas, wo man in zwei Teams aufgeteilt wird. Dann wäre jemand von uns auf jeden Fall draußen gewesen. Das stimmt. Außer wir kommen ins gleiche Team. Das kann natürlich sein. Das glaube ich nicht. Das hatte ich noch nie. Oh, lol. Ich hatte das schon mal. Oh, nö. Ich bin tot. Haha. Ich werde Erster, weil ich kann diese Map wie ein Meister. Ich kenne die wie meine rechte Hosenthalte. Nein. Okay. Na wenigstens wollte ich diesmal einigermaßen gescheit. Why? Mhm. Boah, es hat mich so zurückgeschubst, jetzt dass ich einmal letzter geworden bin. Du bist wirklich letzter hinter den ganzen Bots? Nee, okay, doch nicht. Dachte ich nur gerade. Das wäre ziemlich krass. Warte, kann man hier hoch? Nein. Ich will da hoch. Ja, aber nein. Ey, du hast alle überholt. Aber mich nicht. Ja, ich weiß. Warte, wo bist du? Hallo. Ja, du bist schon im Ziel, oder? Ja. Okay. Ich schaue jetzt Dumbleguy 8007 zu. Der wird das machen. 3.858. Ich sagte, Dumbleguy 8007. Ich glaube, er ist der allerletzte, oder? Oh, warte, warte. Ne, 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 ne. Oh, ja. Oh, nein. Nein. Oh mein Gott. Alter, Dumbleguy 3858 macht richtig voll die krassen Moves. Dumbleguy 8007 hat schon zwei Leute überholt. Alter, krass, ey. Schon drei Leute. Oh, nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh, nein. Dumbleguy 3858 ist ins Loch gefallen. Dumbleguy 8007 der Re... Nein, bitte nicht. Nein. Du wirst das reißen. Du schaffst das. Bitte. Schnell rein in die Kuh. Ja. Ja. Ja, der wird das machen. Oh mein Gott. Er ist vom letzten Platz aufgestiegen und hat es noch reingeschafft. Der war der allerletzte. Oh mein Gott. Meiner war der Letzte, der es nicht geschafft hat. Das ist ja belastend. Egal. Oh, no, yo. Das ist die neue Mad Bob Bash. Die habe ich noch nicht gespielt bisher. Okay. Ah ja, die habe ich schon zweimal gespielt, als das Update rauskam. Ich wollte gerade den Chat moderieren, aber jetzt muss ich mich wieder auf Stumbleguys konzentrieren. Also, Chat, moderiert euch mal selber. Danke. Was passiert denn in der... Ah, nein. Die Viecher, die bomben dich einfach weg und wenn die vom Blitz getroffen werden, werden die einfach nur schneller. Oh mein Gott, Alter, ich wurde gerade sowas von gerettet von mir selber. Also, ja, Moment. Nein. Ich habe einmal so ein langsames Ding berührt, weil ich dachte mir, das kann ja nicht so schlimm sein und ich fliege einfach über die halbe Map. Ja, ohne Spaß, Alter. Ich bin tot. Du bist tot? Ja. Ja, man darf das echt nicht unterschätzen. Es ist so krass. Ich habe auch mal dieses orange Zeug berührt, weil ich dachte, ja, kann man ja mal probieren und sofort tot. Das sieht ja lecker aus. Ja. Das ist doch nur ein bisschen oranges Zeug. Dieser Modus ist so gemein. Weißt du, wie stressig das gerade für mich ist? Ja, ich weiß. Ich muss jetzt gegen so viele Bots gewinnen. Ich wollte gerade sagen. Das ist jetzt gerade nicht so groß und groß, weil... Oh, guck, genau. Oh mein Gott, ihr euch. Du warst der letzte. Du warst der zweite. Oh Mann, das ist jetzt... Stoppiger 7.966 hat gewonnen. Nein. Wir müssen das nochmal einmachen. Komm, Revolte gegen die Bots. Okay. Leute, es tut mir leid. Wir spielen noch eine Runde ohne euch. Danach lassen wir euch wieder mitspielen. Jawoll, ey. Na gut. Voll dumm. Leute, die letzte Runde habt ihr nicht gesehen. Alles, was ihr getan habt, ist ein Like da zu lassen. Genau, ja. Das war gerade so belastend. Ich wollte doch so ansprechen, wie belastend das wäre, wenn wir jetzt wirklich gegen die ganzen Bots verlieren. Ja. Dann ist es passiert. Nein. Bist du runtergesprungen? Ja, ich bin vor der Brücke gefallen. Du wirst trotzdem gewinnen. Die Bots, die warten an jeder Stelle bei dieser Brücke. Ich meine, ich bin ja auch vom letzten Platz zum ersten oder zum zweiten geworden. Leute, tun sie halt actually wirklich. Ja. Ich weiß nicht, worauf die warten. Die sehen da scheinbar irgendein Hindernis. Vielleicht läuft die Röhre irgendwie nicht auf der gleichen Frequenz wie bei uns irgendwie. Die müssen wir erstmal so kalibrieren. DSL-Modem. Muzzle Davis. Muzzle Davis. So, ich warte hier einmal einen Augenblick. Ja, ich auch. Ich sei, dass die so kacke auf der Map sind, aber wir dann trotzdem verlieren einfach. Ja, hast du meinen neuen Skill gesehen, Mann? Ja, wir warten jetzt. Und dann lassen wir ein paar Leute vorbeilaufen und huch, haben wir verloren. Ja. Hallo Leute. Was geht? Haha. Ich hab's noch reingeschafft. Ja, ich auch. Manche Skids sind so weird. Na gut. Runde vorbei. Manche Bots heißen einfach nicht Stumbleguys, weil Stumbleguys uns verarschen möchte. Das könnte jetzt kritisch werden. Oh nein. Aber wir sind schneller als die Bots. Wir laufen einfach die ganze Zeit rechts, okay? Okay, rechts. Alles klar. Jetzt sind die Bots hinter uns und geben uns Rückenwind und dann laufen wir rechts. Ja, nice. Okay. Und. Let's go. So, ja, easy. Okay, nice. Wir müssen uns einfach gegenseitig helfen. Damit wir nicht gegen Bots verlieren. Ja. Die zwei besten Stumbleguys-Spieler in Stumbleguys. Nein. 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 Du auch? Oh mein Gott. Der Hammer, oder? Nein, 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 nein. 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 Ich bin zweimal an der selben Stelle runtergefallen. Der Hammer hat mich zwar auch weggehauen, aber ich hab den Hammer noch, ich hab den, äh, ja. Ähm, ich konnte mich aus dem Hammergriff lockern. Aua. 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 Oh, die letzte, die letzte Stage geht nicht ohne. Aua. Nein. Ich bin letzter, oder? Es kann, es kann nicht sein, dass jetzt noch ein Bot hinter mir ist, außer dieser eine, der offensichtlich hinter mir ist. Okay, alles klar. Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Ich bin, oh Gott. Oh je, das sieht nicht gut aus. Ich glaub, es sind echt viele vor dir. Okay, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Nein, lauft er nicht lang. Lauf der nicht lang. Ja, der eine hat's nicht geschafft. Oh mein Gott. Aber du auch nicht. Das ist der eine, der mir den Platz weggenommen hätte. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du Lacker, ey. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, gegen Bots zu gewinnen. Das war aber ganz schön knapp, ey. Okay, wir sind über beide im Finale. Was gibt's jetzt als letztes? Okay, jetzt als letztes kommt das Laverspiel. Ja, das Laverspiel. Oh mein Gott. Okay. Oh man, da bin ich nicht so gut. Aber, aber ey, wenn uns keiner wegboxt, haben wir auf jeden Fall mehr Schauspiel. Ja, wenn uns keiner wegboxt, müssen wir gar keine Angst mehr vor anderen Spielern haben. Eigentlich nicht, ne? Ja, ja. Und in dem Spiel ist es eigentlich nur wichtig, immer auf die höchste Plattform zu gehen. Ja, ja, ja. True that. Wow. Okay. Und schwierig ist es halt, wenn da so ein Sprung über die Lava dabei ist, wo du dashen musst. Weil da weißt du nie, ob du über die Platte rüberrutscht oder nicht. Ja. Aber das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Ja, wir kriegen das hin. Gegen die Stumble Guys. Für die Menschheit. Woo. KI ist nicht besser als wir. Ich bezweifle schon. Wahrscheinlich schon. Nein, hört auf mich runter zu schubsen. Ja, die sind so übelst... Die sind voll aggressiv. Ja. Der Astronaut hier, der will die ganze Zeit mich runterschmeißen. Stumble Guy 5854. Ja. Whatever. Aber da hinten... Nope. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich habe ihn vorgelassen. Ich habe Angst, dass er es mir geben wird. Nein. Oder? Er ist jetzt bei mir. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Nein! Okay, ich muss hier hin. Ich hätte sterben können, hätte ich den Sprung jetzt nicht gewagt. Nein! Nein! Alles gut, alles gut, ich lebe noch. Das sind die letzten. Mist! Ich habe es geschafft! Oh mein Gott! Ich bin in der letzten Sekunde gesprungen, um zu überleben. Ich habe es geschafft! Oh mein Gott! Ja! Darauf erst mal wieder ein Dan Schneider Applaus. Danke. Ich habe wirklich gedacht, dass ich da rüber springen kann. Oh Mann! Das war das Kritische gerade.